Willkommen bei einem neuen Matchplay Fallout Klick klick SHELTER Ja Und wir fangen da nun instant an Von den Radioaktifizierischen AKA Bei diesen Ladebalken Da tun wir uns die Ladebalken-Tierrecher weiß So ist die Führung jetzt gut Hopp Hopp Ähm Wir müssen hier mal schließen Ähm E-Mole 2-Mole 3-Mole Gehen wir direkt mal durch die Ladebalken Ähm Ja Gehen wir mal Noch mal hier Ähm Höher Machen auch aktuellen Dann haben wir hier überrascht hier schön Dann haben wir hier K 5 K 5 Und dann K 6 auch hier schön und immer heute mast of pimperitis ich möchte noch dann direkt moderaten und das alles was schützlos ja mal um und jetzt ist hier noch an dass man die auch noch schnell gemacht kreieren bei der die last ob man wusste gemacht hat drei ob wir haben dann nichts konnte machen was der herr hat man geholt ist und das ist ehrlich wirklich gut geholt ein bisschen erschwung zu kommen weil ich ja auch minecraft und rettung regelmäßig und dann muss ich auch gemacht okay dann machen wir das mit fix oder war schweigen wir eigentlich zeitlos was wird das mal ein bisschen unter die polter und hopp hopp man noch glücklichen mit diesem geteilt den anführer der schulderschafts trupp und das sind paladin dos wow das wird wirklich schon lange bis zum wow das wird stunden Warum? Ah, ja. Puh, tot. He's fresh, fresh. Exciting. I'm so excited too. Frechst, frechst. Mhm. We're launched. Hop. Perform on the paladin dance. And then... I'm so excited about that. I'm so excited about that. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I don't understand. No. No. Mhm. There we go. I have to go. I will let the team, uh... Friends, just throw it out. Where I need. No. Everything. I think I have to understand. I can't wait to... I can't wait to see people. I can't wait to see the team. I can't wait to see the team. I can't wait to see it. unsichtbar. Das hat mich ein bisschen. Siehst du noch wie du aus mir, aber ja. Ich glaube auch gut, hast du mir gesehen. Gut, dass er kommt, dass du eben durch einen Schreiber gezogen und eben nicht truppgange bist. Das ist auch trotzdem gekillt. Das ist gut. Okay. Dann habe ich mich mal den Paladin bekommen. Ja. Paladin. Ausgezeichnet. Wir haben geschaffen. Wir haben eine bessere Worte. Wir haben einen getreten. Oh, Gehrt. Gehrt hat Lois. Das ist voll geil. Mich bezweifeln, das ehrlich gesagt. Ich bin Zwiebeln. Ich bin Zwiebeln. Ich bin Zwiebeln. Wenn ich ein Bruder schaffte ihn. Und dort. Ich brauche keinen Power-Arm, auch wie gut können zu sehen. Mich kann auch so gut sehen. Du bist. Ich brauche den Und es ist nicht Mh, ich brauche das auch alles. Wolle. Wow, das ist ein Schreie. Das ist eine Sanfte. Sie haben sie gestorben. Sie haben nur eine Sanfte. zurück zum wort wir konnten tatsächlich ein soldat in 9 9 9 9 9 guck mal viel flaschen wir brauchen wir darum zurück zu wollen drei flaschen sammeln sammel sammlung sammel sammel sammeln sammeln sammel sap öpp öpp ähm ähm ja, das können wir mal durchrechnen dann uuh das tut ja wohl schon ein geiles Level hat ähm ja, das können wir holen, nur vier Sachen hier zu stellen nice nice äh schnuppern ähm warte mal machen können was vielleicht mal schon direkt eine neue Mission aufmachen ähm die können wir eventuell holen dass wir die auch gleich mal fertig kreieren was teile davon oder was tun wir da tun wir mal die fast menschlich kommen so dass wir die auch schon angefangen haben und dass wir die auch fertig kreieren dann 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 ähm okay dann machen ähm keine Waffen 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 Zwei Waffen 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 Zwei Kram Waffen ankleidung ich habe mal Ragesstatt ah ok was steht denn dann los dann kriege ich noch nicht hin und dann muss ich los eh kann auch holen all the people in the house A B C D E F I H S K ähm das geht dann kleidung 2 kleidung 2 kleidung 2 holen wir den mal nach heimat ähm ich wollte schon ignorieren drücken ich wollte schon ignorieren drücken schame zoller michet schame hm er hundet die Hütte äh er hundet die Hütte 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 ähm Gaste erwartet hohe aufgeräumt hatte ist das deine Oma ja vorsicht äh ok ok da gib mal noch einmal ähm die Tasche mir ruf mir ruf ruf ähm das aber keine Mama äh äh tun wir ja wie uh schon Level 50 cool da das ist nice und ich schon Level 50 das upp 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 äh händet einfach nichts besseres dabei hm ähm ähm was bei Fortnite müssten aufhören äh wenn sie so Bullshit schrot tues gell wie Kanonen alles fährt lukring aus ähm dass sie die äh schon verkaufen kann während ähm ähm äh und zwar ok upp 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 ue upp u uп upp du du operate upp 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 u upp upp uass indeed was luk u u bis rüber auf geht. Was tun wir hier? Waffen Waffen 2 Waffen 3 Waffen 2 3 Waffe Feuer 4 Waffen zunte dann auch gewaffnet. Verstanden Witz Waffen Waffen Das hat das das Zweitwo Zweitwo ich will eigentlich noch ein Stück hier verschwinden ob... ... 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 man nur schon ja denn den text du hast du gekroutet die mobile der person könnte geschwähen schützen schutz das gutste konnte ich schon direkt in normale furcht schicken normal elite normal elite dann gibt es so eine wahre tag für das kiel schoffen der spiel ist das spaß gemacht und dann von mir tschüssi kowski und von wohnerscheinen haben heißt